Vielleicht gewinne ich ja diesmal. Oh, guck mal, wie haben wir da hinten? Und damit herzlich willkommen zu einer Runde Rage Mode diesmal. Äh, ja. Tobi sagt nichts, aber er ist auch anwesend. Genau, ich muss mich grad konzentrieren. Ich hab grad einen Typ dreimal drin, dann hat er gekillt. Ich wollte also surfen hier. Alles klar. Ja, mal schauen, wie viel wir heute ragen in Rage Mode. Das passiert ja auch schon ab und an in den Spielmodus. Schön reingerannt, würde ich sagen. Da hab ich ihn gefunden. Ich axte den Eldern immer ganz gerne in den Spielmodus. Das macht immer besonders viel Spaß. Macht der tatsächlich? Weil er ein kleiner Drecksack ist. Hüpp, hüpp, hüpp. Fick dich. Du bist ein Nichts, Körner. Du triffst mit deinen Bogen nicht. Der lächerlichste Spieler ever, genau. Warum? Hier läuft es aber gerade. Nein! Easy. Meine Axt flog gerade etwas ins Leere. Okay. Alles klar. Instant Spornkill. Instant Spornkill. Alter. Machen wir das so. Nein! Ich muss mich verfissen. Ich weiß das. Oh, das war nicht getroffen. Ich hole ihn mir. Nein! Hä? Hä? Da war doch gerade jemand anderes noch. Yes! Nein! Nein! Oh, das ist noch eine Sache, glaube ich. Oh, das ist noch eine Sache, glaube ich. Oh, das ist noch nicht. Ich sperre dir aus, als wäre es aber nicht jede zwei Sekunden geaxtet. Hm. Das ist noch nicht. Oh mein Gott. Oh, heftiger Triple-Pier. Na! Oh! Was war das denn? Oh, fick dich, alter, der Typ. Nein! Komm schon. Was hat der denn da? Nein! Fuddel ist dann doch mal geaxtet. Alter. Ich finde die Moves von mir gerade. Oh, schön reingerahmt, der Typ. Was ist denn da? Wichser. Ich dachte, da hast du den Chaos aber schon einige Wochen gehabt, ne? Ja. Ich habe mich darauf gelassen. Oh, ne. Sowas hasse ich noch. Was war das denn? Was war das denn? Alter, wo bist du denn unterwegs? Was soll das denn? Hä? Hacker, confirmed, alter. Frag mich nicht, bin er gespawnt? What the fuck, alter. Oh, lol. Was ein Wichser. Okay, war's für ein Spiel. So. Und wir sind in der zweiten Runde. Alter! Dieser Distanz-Kick. Ich laufe voll rein wieder, ey. Oh, wen haben wir denn da oben? Ja, moin. Oh, lol. Oh, lol. Hä? Ich habe überhaupt keinen Sound gehabt. Alter, ich laufe immer an dieses dreckige Feuer, alter. Ohne Witz. Aber zwei Wunder-Schöner-Killst hier, man. Hast du erstmal den Previ gekillt? Ich wurde geaxtet. Ey. Alter! Die Map ist so behindert. Fuck. Wow. Hella schön. Alter, was ist denn los gerade? Oh. Wer ist denn da gespawnt? Easy life. Nein! Scheiße, ich wollte meine Axt wiederholen. Einfach in die Lava geflogen. Geht ja gar nicht. Ja, eigentlich wollte ich dich jaxten, ne? Nein! Oh. Schon wieder so ein schönes Freak. Oh. Oh. Das ist halt ein Brexsack, Alter. Das war ein unendlichen Brexsack. Aber geht's grad nicht. Ey, willst du mich verarschen? Woher hat die Axt? Das ist soo gut. Aber das hat er gesehen, oder? Hö! Nein! Alter, ich werd nur noch die Axt... Die Axt auch viel gerade. Ich wollte dich da anschleichen, weißt? Naja. Easy, dein Name gesehen. Was macht der denn da? Ach, kann sein. Wunderschön. Alter. Alter, nee. Wollen wir uns gleich mal... Eieieiei, was ist los gerade? Ich werd immer so dreckig nach dem Kill noch. Gecoaled mit der Axt. Das find ich dann noch bitterer irgendwie. Leul, ich hab dich grad voll gesaved, Alter. Ja, ich hab's gemerkt. Ah, fuck. Und wieder geaxtet. Aim ist on point gerade nicht. Yes! Ah, immer diese Gottesdichte da. Fuck, ich hole mir kurz Speed noch. Nein! Danke scheiße, sind die schnell immer gerade die Runden. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Diesmal eine Runde Rage Mode. Mit zwar nicht so viel Rage wie erwartet, aber... Oft genug geaxtet worden, oder? Ja, Tatsache. Ähm, lasst den Like, wenn es euch gefallen hat. Abo nicht vergessen und... Wir sehen uns beim nächsten Video. Und schreiben einen Kommentar. Ciao! Bis zum nächsten Mal.